Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2 So, zuerst kann ich gleich mal auspacken, da mir ein kleines Malheur passiert ist Und zwar hat er in dieser Aufnahme, die ich schon einmal über mich ergehen lassen musste Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, dass ich es so formulieren müsste Die ich schon einmal gemacht habe Ja, er hat nun mal meinen Firefox, der im Hintergrund was hochgeladen hat, aufgenommen 38 Minuten und ja Ist es nicht so gut, weil ich mit dem Spiel eigentlich schon durch bin Er sagt To, Ma, Tee oder Ja, ist ja auch egal Wir haben jetzt auf jeden Fall die Wahl entweder Zum Frize, ja, zum Vizepräsidenten Byrd zu gehen Oder zur Privatsekretärin, je nachdem Die können ja erstmal zu beiden gehen, dann gehen wir zwischendurch beim Präsidenten durch Und fragen ihn hinterher aus Halte ich für den besten Weg Vor allem, weil ich mich mit der Privatsekretärin nicht mehr unterhalten hatte Da Die ich damals schon vom, ja, Gift in der Luft dahin gerafft wurde Fangen wir doch einfach mal an Achso Müssen diese Geheimnisse ja immer überall herumstehen? Ja, was willst du denn, Süßer? Okay Ich kann auch gut tippen Ist klar Du kannst gar nichts, scheint mir fast so Jo, wir gehen hier mal schön durch die Tür Und dann dahin und dann zu Vizepräsidenten Byrd Hier in der Kammer gibt es nichts, da gibt es eine Weltkarte, die wir uns angucken können Hier gibt es anscheinend eine strategische Karte, die wir uns angucken könnten Naja, angucken kann man sich sie eigentlich wirklich nicht, da steht nur Oh, du siehst irgendeine Karte mit, äh, was steht denn da? Genau, du siehst Tisch mit Kriegszimmer Ja, äh, so eine, ja, taktische Karte mit Hologrammen und allem drum und dran Nein, nicht die Nadeln, alles aber nicht die Nadeln, egal Hallo Soldat, was machst du im Büro des Vizepräsidenten? Hä? Wo? Äh, nur eine Routinepatrouille, äh, ist er Ich suche Eindringlinge Hm Ich überprüfe nur mal unsere Geheimpläne Ich bin hier um dich umdringen Wo? Ich bin Vizepräsident Daniel Byrd Toll, dich kennenzulernen Du bist nur ein weiterer Teil des Gesamtproblems hier Du bist ein Irrer, nein Du bist ein weiterer Teil des Gesamtproblems Ich bin nicht Teil des Problems Ich bin Republikaner Das ist ja noch schlimmer Wie gesagt, Teil des Problems Das ist nicht wahr Republikaner verstehen die Bedeutung der Anbindung von der Mutter und dem Kind Das ist der Schlüssel für all unsere Probleme Wir benötigen die Rückkehr zu Familienwerten Das sind ja nette Worthülsen und alles aber Was du und dir in Knappe vorhabt, hat nichts mit Familienwerten zu tun Ich stehe zu all den Fehlaussagen, die ich gemacht habe Verstehst du nicht? Du schaffst einen neuen Holocaust Wenn du weitermachst Der Holocaust war eine schreckliche Zeit in der Geschichte Unsere Nationen Ich meine in der Geschichte unseres Jahrhunderts Doch wir lebten alle in diesem Jahrhundert Ich habe nicht in diesem Jahrhundert gelebt Äh, what? Du bist ein ausgeflippter Irrer Jemand muss dich von deinem Elend erlösen Bete, Bird Nein, ich muss hier raus Du bist ein ausgeflippter Irrer Was für eine Verschwendung Wenn man seinen Verstand verliert Oder keinen Verstand zu haben Heißt Überaus verschwenderisch zu sein Wie war das doch? Ist, ich würde sagen Normalerweise eine Verschwendung Aber in diesem Fall mache ich gerne eine Ausnahme Hast du mir gerade gesagt? Ähm, ja In diesem Fall eine Ausnahme Ich bin nicht Teil des Problems Ich bin Republikaner Wie gesagt, Problem, Problem Enklave, Holocaust Ausgeflippter Irrer Was hast du gerade gesagt? Hm, sag mal Wie schreibt man Tourist? Mit oder ohne? Äh, mit? Aber natürlich, klar Jeder loyale Bürger Dieser großartigen Vereinigten Staaten Würde das gleiche tun Äh, warum das? Wir müssen zusammenarbeiten Denn wenn wir nicht erfolgreich sind Riskieren wir zu scheitern Hm Vielleicht wäre ein Scheitern gar nicht so schlecht Ich meine Wir wollen nicht zurück zum Morgen Wir wollen vorwärts gehen Hm Kann man denn noch anders gehen? Ja, diese Richtung gefällt mir Ich habe in der Vergangenheit Gute Entscheidungen getroffen Ich habe in der Zukunft Gute Entscheidungen getroffen Deshalb sollten wir auf alle Fälle In diese Richtung gehen Äh, ja Weil du auch in die Zukunft sehen kannst Ich glaube der Trend geht unumkehrbar Zu mehr Freiheit und Demokratie Demokratie Demokratie, ja Doch das könnte sich ändern Die schmutzige Umwelt der Öde Könnte zur Abwechslung etwas Freiheit brauchen Sei nicht albern Es ist nicht die Verschmutzung Die die Umwelt bedroht Es ist die unreine Luft Und das unreine Wasser Hm, ich muss jetzt wirklich weg Nur weiter so, Soldat Die Zukunft wird besser sein Äh, was meinst du damit? Ist egal Ähm Egal Auf Wiedersehen Ja, er Er kaut einem Ohr ab Mit irgendwelchen Worthülsen Wie wir schon gesehen haben Und hier ist El Presidente Du siehst einen Mann in Anzug Er starrt ins Leere Als ob er dich ansieht Dich aber nicht sieht Ähm Für alle Kenner Wie man schon sieht Hier oben ist was Ich hab da schon mal Für später was vorbereitet Und ich tratze mich eben An der Nase Und los kann's gehen Hallo Ich bin der Präsident Der Vereinigten Staaten Von Amerika Und wer bist du? Ich bin verdammt neugierig Was hier los ist Ich bin dein Scharfrichter Der Präsident Wovon redest du? Hm Ich hab mich verlaufen Ja Wovon redest du hier überhaupt mal? Ich bin der gewählte Vertreter des Volkes Die Vereinigten Staaten Bestehen noch immer Gott schütze uns Gott schütze uns alle Wir mussten uns eben anpassen Um nach dem Krieg zu überleben Ich verstehe nicht ganz was du meinst Du hast wirklich keine Ahnung oder? Ich werde dir von der Rettung der Menschheit erzählen Aber zuerst etwas Geschichte Nur weiter Herr Präsident Es gab einen großen Krieg Lange bevor wir geboren wurden Unsere glorreichen Soldaten Kämpften von Yukon bis zum Youngster Oder irgendwie so Ja das ist mir bekannt Wir hätten ja auch noch gewonnen Wir hätten ja auch noch gewonnen Dann kamen diese verdammten Roten Wir hätten unsere Vögel fast nicht mehr hochgekriegt Anscheinend hat es aber nicht viel gebracht Naja eigentlich nicht Aber zumindest wurde diese rote Gefahr In die Steinzeit zurückbefördert Und wir gleich mit Nein nein nicht ganz Wir hatten das vorausgesehen Wir waren bereit Was meinst du? Wir hatten eine Zuflucht Wir hatten einige Zustür Ich krieg's noch hin Das Lesen ist nicht im Moment das Problem Sondern das Aussprechen Weil meine Lippen auf dem Tragen sind Wir hatten einige Zufluchtstätten In denen die glorreiche amerikanische Bevölkerung überleben konnte Diese Einrichtungen und die Bunker gehören zu dem großen Plan Diese verdammten Bunker haben allerdings nicht so funktioniert Wie wir uns das vorgestellt haben Viele Menschen sind darin gestorben Ehrlich gesagt haben sie fast genauso funktioniert wie geplant Man könnte es wohl als gesellschaftliches Experiment großen Umfangs bezeichnen Ein Experiment? Die Bunker wurden errichtet Um die Menschheit zu testen Manche hatten nicht genug Nahrungsmittel-Synthetisierer In manchen gab es nur Männer Und andere wurden automatisch nach 6 Monaten geöffnet In jedem Bunker herrschten bestimmte Bedingungen zu Versuchszwecken Was ist mit Bunker 13? Was war sein Zweck? Ah, Bunker 13 war was ganz Besonderes Er sollte so lange zu bleiben Bis die Versuchspersonen gebraucht wurden Bunker 13 war im wissenschaftlichen Sinne eine Kontrollgruppe Aber es wären alle gestorben Wenn mein Vorfall kein Ersatzsteuerschip besorgt hätte Wie passt das in deinen tollen Plan? Ein bedauerlicher und unvorhersehbarer Vorfall Aber ziemlich hilfreich Wie sich gezeigt hat Was meinst du? Naja, es hat sich ergeben Es hat sich ergeben, dass wir unverdorbene Versuchspersonen Aus dem menschlichen Vorkriegsbestand brauchten Deine Vorfahren in Bunker 13 Und dann noch ein paar frisch mutierte Exemplare Die Dorfbewohner von Arroyo Warum? Für das Projekt Es ist fast abgeschlossen Die Rettung der Menschheit steht kurz bevor Und die Vereinigten Staaten von Amerika Werden den Wegbereiter dieser Wiedergeburt sein Wiedergeburt, was meinst du damit? Die echten Menschen und die Demokratie Sind nur sicher, wenn die Mutanten auf diesem Globus ausgelöscht werden Wir Menschen werden uns zurückholen Was uns rechtmäßig zusteht Ich bin auch ein echter Mensch Das glaubst du vielleicht Aber Tests an Angehörigen deiner Sippe Haben gezeigt, dass ihr alle mutiert seid Ich bin echt froh, dass das Projekt soweit ist Warum? Einige Mitglieder deiner Sippe weisen äußerst interessante Veränderungen auf Wenn die Gefahr für die echte Menschheit nicht so groß wäre Hätte ich wirklich Lust, sie länger zu studieren Aber daran ist nicht zu denken Nicht zu denken? Warum nicht? Mit dem Projekt werden alle Mutanten aus unserem schönen Land verschwinden Und vom Rest des Planeten Amerika ist einmal mehr der Retter der Welt Alle Mutanten verschwinden? Das hört sich ziemlich drastisch an Wie wollt ihr das machen? Wir haben vor 70 Jahren eine vollbetriebsfähige Forschungsanlage gefunden Eine ehemalige Militärbasis Die zur Untersuchung eines bestimmten Virus genutzt wurde Eines Virus? Ja, das FEV-Virus Ähm Steht das V nicht sogar? Irgendwas mit Evolutionsvirus FEV? Warum steht dann extra immer noch ein Virus dahinter? Ich kann mich natürlich jetzt auch gerade irren Es fällt mir nur gerade mal auf Egal Ja, das FEV-Virus Es wurde ursprünglich entwickelt Um Soldaten in Superkrieger zu verwandeln Aber es hat nicht geklappt Die Krieger waren zwar ausdauernd und stark Aber viel zu dämlich Unser geniales Chemie-Core Hat es aber verändert Das Virus verändert? Warum? Um es in einen absolut zuverlässigen Killer umzuwandeln Jeder Humanoid Der nicht innerhalb eines Jahres Nach der ersten Freisetzung dagegen geimpft wird Stirbt Das ist das Projekt Das ist ja Wahnsinn Das ist die letzte und größte Hoffnung der Menschheit Dafür haben wir all die Jahre gearbeitet Ja, japst immer ganz komisch Ob das wohl an dem Gift in der Luft liegt? Großartig Ihr habt also das Gift Aber keine Möglichkeit es zu verbreiten Oh Aber das ist doch das Schöne am FEV-Virus Wir setzen es hier frei Und der Jetstream trägt es in die ganze Welt Und dann müssen wir nur noch warten Bis jeder Winkel und jede Nische auf diesem Planeten gereinigt ist Okay Und warum musstest du meine Dorfbewohner Und die Leute aus Bunker 13 entführen? Versuchspersonen Versuchspersonen Die Bewohner deines Dorfes stammen alle aus dem Bunkerbestand ab Und wir wollten doch sicher gehen, dass das FEV-Gift noch wirkt Das haben wir an den Versuchspersonen aus Bunker 13 getestet Und einen Impfstoff gegen FEV Ihr testet den Impfstoff nicht an meinen Leuten? Ist wohl kaum nötig Wir könnten natürlich Und es würde sicher auch funktionieren Aber es gibt keinen Grund dafür Ist dir jemals der Gedanke gekommen, dass das, was du tust, falsch ist? Niemals Es gehört zu den Aufgaben des Präsidenten, schwierige Entscheidungen zu treffen Eine Menge von beinahe Menschen werden ihr Leben für die Rückkehr der Menschheit opfern Der Mensch wird siegen Niemals werde ich zulassen, dass du das tust Nur weil nicht jeder da draußen ein genaues Abbild deiner DNA besitzt Hast du noch lange nicht das Recht, sie auszulöschen Ja, das ist schön Ich glaube, das habe ich auch letztes Mal genommen Naja Ich habe diese Entscheidung nicht gern getroffen Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe Aber es gibt keine Kein Preis ist zu hoch für das Überleben der menschlichen Rasse Wenn du ein Mensch wärst, würdest du das auch so sehen Du glaubst, diesen ganzen Mist wirklich, oder? Ja Und wenn du mich tötest, wird dir das gar nichts nützen Du kannst die Freisetzung nicht verhindern Er sieht echt fertig aus Aber vielleicht finde ich einen Weg, um dir zu zeigen, wie deine eigene Medizin schmeckt Das werden wir sehen Ich habe noch etwas zu tun Tschüss, Präsident Richardson Ich bin anderer Meinung, Herr Präsident Ich glaube, dich zu töten würde uns helfen Ich fühle mich bei dem Gedanken sehr viel besser Ja, mal gucken, wie dir deine eigene Medizin schmeckt Du könntest es natürlich versuchen Aber die Angestellten der Enklave und Narevo werden bald geimpft Sie sind noch nicht geimpft? Wir müssen nur noch die Bestände aufteilen Dauert ein paar Stunden Außerdem ist die Enklave eine abgeschlossene Einheit Weder Luft noch Giftstoffe können rein oder raus Das werden wir sehen In der Zwischenzeit werde ich dich persönlich aus dem Verkehr ziehen Das dürfte schwerer sein, als du denkst Und selbst wenn Ich bin bereit Denn ich weiß, dass ich das Dass ich als Patriot und Diener der Menschheit sterbe Na, dann mach dich bereit Nein, nicht ganz Du hast jetzt Zeit, an deinen Tod zu denken Komm ja nicht auf die Idee, den Alarm auszulösen Wiedersehen Ja Hat ja keinen Zweck hier Okay, und wir machen jetzt das, was ich empfohlen bekam Oder was auf jeden Fall funktioniert und was man machen kann Wir geben dem guten Mann jetzt Ja Letztes Mal habe ich ihm 15 Super Stim Packs gegeben Ich denke mal Es reicht, wenn wir ihm so Ja 10 Super Stim Packs geben Für alle, die nicht genug Super Stim Packs haben Ich werde gleich, ähm Ja, noch was erzählen Dann zeige ich euch, wo Also wenn man den Weg hier mal nachvollziehen will Wo man noch ein paar Stim Packs auftreiben könnte Im letzten Video Ähm, wo das Ganze hier abgeschlossen wird Seht ihr einen Ort, wo ich noch ein paar finde, meine ich Und ich zeige euch gleich auch noch Eine Truhe, in der welche drinnen sind Ja, so 10 Stück So, jetzt müssen wir warten Das geht am besten Ich speichere mal lieber vorher Wir warten eben einfach 10 Minuten Ja Der Präsident ist tot Und jetzt können wir Den Präsidenten Zugangsschlüssel an uns nehmen Ganz ohne Gegenwehr Ansonsten müssten wir jetzt wahrscheinlich die ganzen Leute hier niedermetzeln So ersparen wir uns das Auf diesem Zugangsschlüssel ist etwas, dass wir das Siegel des Präsidenten aussieht Offenbar erhältst du damit die Zugriffsrechte des Präsidenten für die Computer Ja, das benutzen wir später auch noch Wir sehen Ja, die Leute in den Schutzanzügen Die leben noch Kriegen glaube ich ab und zu Schaden Die anderen, die sind alle tot Die stand ja vorhin auch noch eine Frau oder so Die wird vom Virus zerfressen Als es jetzt soweit war Ja, man kann jetzt hier runter gehen Man sieht hier sind alle tot Da sind Computer und alles Man kann hier im Prinzip nicht wirklich was machen Man kann hier alles noch durchsuchen Ja, das ist es dann auch schon Und Super-Stim-Packs findet ihr im Notfall glaube ich noch hier Wir gehen da mal eben hin Ich weiß ja nicht mehr genau 100%ig was ich vorhin im letzten Video alles gemacht habe Beziehungsweise in diesem Video alles und was ich darum im letzten Video nicht alles machen konnte Ich habe auf jeden Fall versucht jede Menge Zeug in die Luft zu sprengen Das kann ich euch sagen, das brauche ich dieses Mal nicht tun Das kann ich uns ersparen Ja, hier wären drei Super-Stim-Packs Und wie gesagt Im letzten Video seht ihr auch noch, wo auch noch ein paar weitere wären Hier redet auch niemand mit allem Hier kann man noch ein paar Schränke durchsuchen Das war's dann Ob sich das wirklich lohnt Dann sei mal dahingestellt Hier oben ist auf jeden Fall so ein großer Großrechner Ja, da kann man jetzt nicht mehr viel mit anfangen Mit dem Präsidentenschlüssel können wir übrigens jetzt halt diese Präsidenten-Zugriffssachen machen Wie Warte, ich zeig's euch einfach mal Wenn wir jetzt hier zum Beispiel an diese Rechner gehen Hm Machst du? Nee Ähm, die bei denen ging das dann nicht Steht denn da eigentlich dran? Dies ist ein dummes Terminal Das über ein Kabel an einen großen Computer angeschlossen ist Technologie der Bruderschaft Ja Das stimmt nicht so ganz Hier haben wir auch noch so'n schönen Dingens mal wieder Ein großer Computer Wie man da hinkommt, hab ich heute immer noch nicht rausgefunden Ja, ist ja auch nicht so wichtig Hier gibt's auf jeden Fall einen Fahrstuhl Wie man da hinkommt, ist ne andere Geschichte Also ich denke mal, man wird da irgendwie hinkommen Man kann vielleicht sogar noch mit dem, äh Mit dem künstlichen Computer da reden, aber Ob das jetzt was bringt, sei mal dahingestellt Und zwar, wir können uns einloggen Wir suchen die Benutzerliste durch und loggen Und, ja Wir wählen uns als Präsident ein Wir haben ja das, äh Siegel Die Insigie Ja, Notfalldefensivsystem stilllegen Kann man machen Das hab ich glaube ich auch gemacht Notfalldefensivsystem stilllegung Legt zeitweise aktive Sicherheitssysteme von Level zu Level still Stilllegung startet intensive diagnostische Prozeduren Bevor der automatische Widerstart der Systeme eingeleitet wird Ja, das hört sich gut an Darum machen wir das Präsidentensicherheitsschlüssel erkannt Guten Tag, Herr Präsident Notfalldefensivsystem stilllegung eingeleitet Intensive Diagnose ausgeführt Alfa, Bravo, Charlie Dann loggen wir uns aus So Damit werden die Notfalldefensivsystem auch Und ich bin dann hier rumgerannt Letztes Mal noch und hab mich gewundert Was ich denn bitte schön machen soll Wie gesagt, als ich dann sinnlos angefangen hab Alles zu sprengen, bin ich drauf gekommen Das seht ihr dann in der nächsten Folge Hier hab ich das Ganze dann auch beendet Es gibt jetzt auch nichts, was ich noch groß zeigen möchte Weil ich möchte jetzt nichts vorweg nehmen Was dann im nächsten Video großartig nochmal kommt Und ähnliche Geschichten Ja genau, hier unten gibt's noch ne Tür Wart mal, das zeig ich eben noch Die eine Sache kann ich eben noch zeigen Die ist dauerhaft dicht Da kommt man Also noch ist die dauerhaft dicht Sagen wir's so Da konnte man nichts mit machen Die hab ich auch versucht aufzuspringen Das hat nicht funktioniert Weil da zwei Soldaten vor waren Die mich dann angegriffen haben Naja, ist ja auch nicht so wichtig Wir sehen uns dann Ja, so gesehen sehen wir uns nicht zum großen Finale wieder Weil das jetzt wirklich die allerletzte Aufnahme ist Weil das Finale wie gesagt vorher aufgenommen wurde Aber doch Irgendwie sehen wir uns ja schon nochmal wieder Und bis dahin Auf Wiedersehen